Der Henrik kommt ursprünglich aus Dänemark, ist Fotograf und fährt wirklich gerne Velo. Aber sein Fotoequipment mit dem Velo zu transportieren, ist ein bisschen mühsam. Sein Traum ist es, sein ganze Fotostudio immer bei sich zu haben. Das wird einiges vereinfachen, nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinen Kunden. Denn die müssten keinen Platz mehr zur Verfügung stellen für Shooting, würden Zeit- und Organisationsaufwand sparen und hätten sogar noch mehr Flexibilität. Darum möchtet ihr ein mobiles Studio auf einem Truck bauen, damit ein Truck aber zu einer richtigen mobilen Fotostudio wird, braucht es noch einiges. Eine richtige isolierte Box, der ganze Innenausbau und vor allem deine Unterstützung. Es gibt ganz viele tolle Goodies, wie Porträt, Familien- oder Mitarbeitershootings. Also, hilf mit und unterstütze uns. Gehe auf crowdify.net, Henricks Fototrag und kauf dein Goodie noch heute. Merci jetzt schon viel, viel Mal!